ok ja hallo wunderbar wunderbar dass ihr hier seid oder jetzt noch mal neu ja also hallo mein name ist kerstin bovenberg oder genau genommen dr kerstin bovenberg ich bin gynäkologin und habe eine wunderbare tcm praxis also eine praxis für chinesische medizin in bad oldesloh zwischen hamburg und lübeck ganz nah an der ostsee und ich begrüße ganz ganz herzlich melika tanri werdi ja wir haben uns heute wir treffen uns hier heute zum live um euch ein bisschen von dem neuen foundation zu erzählen der nächste woche hier stattfindet unter der leitung von melika und genau genommen jetzt am 28 also ein freitagnachmittag früher nachmittag geht es los bis zum ersten mai wir haben uns gedacht es besonders schön weil man dann nicht frei nehmen muss und man kann relativ spontan noch kommen und das schöne wetter sich davon inspirieren lassen und melika zuhören und mitarbeiten und sich weiterentwickeln ja melika möchtest du uns was erzählen zum foundation sehr gerne also erst mal dankeschön für die schöne einführung liebe kerstin sehr schön also ja ich bin ich bin mega mega aufgeregt ich habe ja den globalen foundation in mexiko dieses jahr übersetzen dürfen und für mich ist das immer eine große ehre freude vor allem live dabei mit zu sein ich war in brasilien in sao paulo vor drei jahren dabei und das waren 3000 leute beim globalen foundation und dieses jahr waren sogar noch mehr nur da waren es wirklich glaube ich anderthalb tausend leute in einem raum und die brasilianer hatten eine energie das war nur so dann hat kovid eingeschlagen dieses jahr in mexiko was auch wahnsinnig intensiv es waren viele weniger leute live dabei aber sehr viele leute online also wir hatten wieder über 3000 leute und bei dieser neuschreibung des buches dabei zu sein ist für mich jedes mal so phänomenal also wir haben neue werkzeuge in diesem manual was heißt wenn du schon mal ein foundation kurs gemacht hast kannst du ihn du kannst ihn ja jährlich wiederholen auffrischen sozusagen mit den neuesten werkzeugen mit den neuesten tools und wir haben jetzt die mutmaßlichen realitäten und die bedürfnisse nach reaktiven realitäten mit drin dazu kommen jetzt auch noch die bedürfnisse nach reaktiven realität systemen und die ganzen schleims die ganze schleim spur die das ganze hinterlässt also überall wo wir in künstlichen intelligenz systemen feststecken und immer in einer reaktion sind als wie kann man das am besten sagen als kollektiv im prinzip dass es was ist was alle es ist eine programmierung die wir alle haben und es sind all diese dinge die wir lösen und für mich war es wirklich so bei meinem ersten foundation kurs bei dem ich war ich saß vier tage drin und hatte keinen plan was da gerade gemacht wird wir haben eigentlich die meisten zeit gelacht und ich dachte nur so jetzt bin ich aber mal gespannt und danach hat sich mein ganzes leben verändert das heißt immer es gibt ein leben vor dem foundation und nach dem foundation ich kann es nur bestätigen und es ist meistens so dass es sehr unterschwellig kommt also alle rückmeldungen die ich von meinen teilnehmern aus meinen kursen bekommen ihr könnt bei youtube reingehen und euch mal so ein paar kommentare anschauen ich habe immer wieder videos daraus weil ich so faszinierend finde wie sehr sich die energie der menschen verändert wie sehr sie anfangen von innen heraus zu strahlen und diese leichtigkeit ins wesen tritt wenn wir all diese muster diese ansichten diese mutmaßlichen realitäten die wir abgekauft haben so ist es so muss es sein du kannst nur so ablegen und anfangen uns wirklich in diese leichtigkeit in diesen raum der leichtigkeit zu begeben und zu schauen so was hätte ich eigentlich gern für ein leben und uns bewusst wird ich kann alles wählen ich kann alles kreieren ich kreiere mein leben und dahin möchte ich euch eigentlich bringen und einladen mit diesen in an diesen dreieinhalb tagen wir beginnen wie du gesagt hast freitagnachmittag um 15 uhr und haben dann freitagnachmittag samstag sonntag und den montag und zwei brandneue körper prozesse die einfach ganz gar nicht in worte fassen nimmt die energie war ja also neues handbuch neue körper prozesse wahnsinns foundation kurs und wenn es euch irgendwie auch nur kribbelt und ihr merkt da ist irgendwas was euch zieht kommt und seid dabei es wird geil ja das kann ich auch total bestätigen dieses leben vor dem foundation und nach dem foundation also beim foundation merkt man schon oh hier geht schon ab aber was heißt denn leben vor dem foundation und nach dem foundation vorher habe ich doch auch gelebt ich habe doch auch schon gewahr sein ich habe doch auch schon auf freude geachtet und dann ein halbes jahr später merkt man so irgendwie führst du ein ganz anderes leben das hat sich geändert das hat sich geändert dass wirklich wirklich viel viel ändert auch in der beziehung also zu den nahen menschen also bei mir meinem partner meinen kindern es ändert sich zu den freunden zur arbeit irgendwie verändert sich alles und deshalb bin ich auch total gespannt was was dann noch möglich ist mit dieser neuen veränderung also so wo ich so auch genau weiß ja man weiß ja nicht was man nicht weiß aber wenn man es erfährt dann merkt man immer ah das ist das hätte ich für möglich gehalten aber es gibt es wirklich so ein beispiel wo du sagst du boah das hat sich für mich so drastisch verändert das hätte ich nie gedacht vor allem ist es ja auch so wir sind uns meistens gar nicht bewusst dass irgendwas nicht ganz so also wir merken schon dass es funktioniert nicht so wie ich es gerne hätte aber uns ist nicht bewusst wie einfach diese veränderung eigentlich sein kann und dass wenn wir es verändern dass eine vollkommen andere realität gleich kreiert ja der leichtigkeit folgen ich kann der leichtigkeit mit leichtigkeit also davor habe ich immer mit diesem leicht und schwer ja ja diese tools dieses anwenden und so und irgendwann habe ich gemerkt dass ich das dass ich vorm schrank stehe und automatisch nicht so richtig gefragt habe körper was willst du anziehen sondern das will ich anziehen das will ich anziehen das will ich anziehen ja interessant da guck mal die kette dazu hätte ich auch gesucht und dann die erste freundin die mir begegnet oh wie siehst du schick aus ich so danke körper also so das fand ich irgendwie schon so so witzig weil ich so dachte alles das ist dieses diesen gewahrsein folgen in einem alltag also nicht nur so in der der theorie nicht nur in der meditation wenn ich mich irgendwie auch meinen speziellen sitz setze und musik meditation höre alles ruhig ist sondern ich stehe auf mach mein öl ziehen stehe vom schrank und mal aus dem gewahrsein so ich mir die klamotten aus und dachte und dann kam die freundin die meinte ja das sind ja auch die komplementärfarben ich so genau das weiß mein körper genau ja und du sagst es so schön danke dafür weil wir verändern nicht nur unsere beziehungen zu unseren partnern unserer familie etc sondern auch die beziehung zu unserem körper steht vor allem bei diesen kursen eigentlich ja auch im vordergrund diese kommunikation und verbundenheit mit dem körper daher auch diese körper prozesse mit denen wir einfach dinge aus dem körper die wir eingeschlossen haben raus lösen sodass sich wieder ganz andere möglichkeiten zeiten die wir vorher nicht sehen konnten die wir vorher gar nicht wahrnehmen konnten und das ist dieses magische an diesem kurs danke das ist wirklich schön dankeschön kerstin ja also der foundation kurs ist so ein game changer einfach und da sind auch wirklich alle werkzeuge drin die ja so im basket ich sag immer bas kurs im foundation kurs und ihr habt eigentlich das ganze toolkit das man haben sollte wenn man geboren wird sollte man das eigentlich mitkriegen und dann einfach anwenden können um das leben zu kreieren und gary sagt immer ich versuche euch in die gary douglas ist übrigens der gründer von access consciousness sagt immer ich möchte euch dahin bringen dass ihr wirklich vollkommene wahlfreiheit habt also wenn es keine bewertung mehr gibt von nichts und es keine richtig und falsch gibt es war eins der tools die für mich glaube ich so viel verändert haben zu merken wenn es kein richtig und kein falsch gibt was würde ich dann wählen wow und dann öffnen sich schon welten weil wie sehr haben wir gelernt das ist richtig das ist falsch so macht man es so macht man es nicht und mit diesen neuen clearings mit den mutmaßlichen realitäten und mit den bedürfnissen nach reaktiven realitäten geht es alles noch schneller und das war ja schon immer meins ist also es muss schnell gehen es muss pragmatisch sein und es ist so barm ich will veränderungen jetzt ich will nicht warten auf fünf jahren sondern jetzt also ist jetzt die zeit den nächsten schritt zu gehen für dich und wenn ja vielleicht möchtest du dabei sein nächste woche in bad oldes loh ich habe ja ich habe ja genau ich habe bei bad oldes loh gesagt ich habe nämlich am flughafen tatsächlich eine junge dame kennengelernt die zwei kinder hatte und die nach afrika geflogen ist wir haben so lange aufenthalt in amsterdam gehabt dass wir uns unterhalten haben wie es dann so ist der zufall und die ist tatsächlich von hamburg nach bad oldes loh gezogen gewesen oder in die umgebung hat gemeint das kenne ich das ist gleich bei uns um die ecke und die hatte gesagt das heißt aber bad oldes loh und dann dachte ich so okay dann spreche ich es falsch aus aber du hast jetzt oh oh oldes loh gesagt ne genau ja sehr schön bad oldes loh leute nächste woche am freitag geht es los den 28 bis zum 1. mai und was gibt es schöneres als den 1. mai so zu verbringen dass du in deine eigene magie hineintrittst und anfängst das Leben zu kreieren genau wie geht es noch besser als das also und was ist sonst noch möglich was wir noch nie in betracht gezogen haben ich freue mich total auf dich ich freue mich total auf den norden und wir sind Katzensprung entfernt vom meer das war für mich natürlich auch so dieses ich bin ja absolut absoluter meerliebhaber und das war so das ist wirklich nicht weit und dann kann man auch schauen was da möglich ist also es ist wirklich nur eine halbe stunde von der ostsee entfernt also man kann schon abends noch mal eben rüber fahren und ein bisschen an der ostsee spazieren und wenn man die stadt möchte geht man halt eben entweder nach lübeck oder hamburg ist wirklich schön gelegen wenn man erstmal hier in der ecke ist es wirklich schön gelegen ja und das ist ja nicht wirklich weit wenn man im norden wohnt ist das ja super nah und wenn nicht vielleicht ist es wirklich einfach auch mal ein ausflug in den norden über die und würde mich sehr freuen dich dabei zu haben und dir beizutragen welcher größtmögliche synchronisierte beitrag können ich und mein körper für dich sein und euch sein und ja schaut einfach wenn sich leicht ausgedehnt anfühlt kommt seid dabei ja dankeschön liebe kerstin wir sehen uns und 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 und